Hallo, mein Name ist Henning Hauser. Ich bin seit mehr als acht Jahren Geschäftsführer der Firma Spieth und ich freue mich auf die Turn-WM 2019 in Stuttgart. Hallo, mein Name ist Philippe Zaghalidis, ich bin Mechaniker in Italien und Gymnastik. Ich bin in Rom und LIMA in Stuttgart. Mein Name ist Franziska und ich bin in einer Runde Spieth und ich bin in einer Runde Spieth und Logistik. Ich bin in einem September-September und ich bin in einer Runde Spieth und Logistik. Mein Name ist Franziska und ich bin in einer Runde Spieth-Gymnastik. Ich bin in einer Runde Spieth-Gymnastik in Stuttgart. Hallo, mein Name ist Franziska und ich arbeite in der Produktion. Ich bin in einer Runde Spieth-Gymnastik und ich bin in einer Runde Spieth-Gymnastik. Ich bin in einer Runde Spieth-Gymnastik. Ich bin in einer Runde Spieth-Gymnastik und ich bin in einer Runde Spieth-Gymnastik. Hallo, ich bin Desire aus dem Schwabel-Lände. Ich bin bei der Firma Spied im Expert zuständig. Was mir besonders gut bei der Firma Spied gefällt, ist, dass wir ein junges Team sind und wir jeden Tag viel Spaß zusammen haben. Und ja, ich freue mich auf die WM in Sturgot.